Was ist das Mango-Tree-for-Family-Projekt in Äthiopien? Diese Mango-Art ist eine veredelte Sorte, die sogenannte Apple-Mango. Sie kann bereits nach zwei Jahren geerntet werden und nicht so wie die herkömmlichen Mangobäume nach fünf Jahren. Nicht nur unsere CO2-Emissionen werden kompensiert, sondern auch der Bodenabtragung und der Desertifikation wird entgegengewirkt. Das Einkommen der Farmer wird durch den Verkauf der Mango-Früchte gesichert. Die geernteten Mango-Früchte können auf dem Markt verkauft werden und bieten damit eine nachhaltige Lebensgrundlage. Die Familien können sich eine abwechslungsreiche und vitaminreiche Ernährung leisten. Wir freuen uns Partner der Erreichung der Ziele zu sein, indem wir Mangobäume für ärmere Familien hier in Äthiopien finanzieren. Ziele zu conversionen. Ziele zu berücksichtigen. Untertitelung des ZDF, 2020